Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Yoshi's Woolly World. Als nächstes müssen wir in den Turm rein. Knotwärts fest holen. Ohne Trickanstecker. So, dann sind wir auch schon im Level. Und wir brauchen gleich mal einen Schlüssel. Ab durch die Röhre. Ein bisschen Bolle bitte. Aber vielleicht wäre auch egal, ich will an. Denken müssen wir wieder zurück. Und da sehen wir auch schon den Schlüssel. Uh, ein Koopa. Ja, man kann seinen Kater schlucken und auch wieder ausspucken. So, jetzt haben wir schon unser erstes Vollteil. So, da ist Ball. Das hat uns einfach jemand näher gezaubert. Oh, hier war ein Standard versteckt. Ich fülle noch die Blume mit. Ohne hiere. Ohne nimm dich, dass du hier drauf complete kannst? Ohne nimm den No factor. Bis zumal dieser Fly. Ja jetzt bin ich Blume. Be wahr, ich hab zusammen. So, Scheigong, ey. Das kann ich nicht so verstecken. Ein weiterer Weg. Oh, der Stopp. Mensch, ist das so? Der Scheißkoball. Bleib stehen. Jetzt fliegt er schon wieder hier weiter. Ich glaub, da ist er. So, ab durch die Röhre. Wir konnten ihn ja zum Glück nochmal stoppen, den Cooper. Soll ich da oben schieben? Soll ich da oben schieben? Ich habe da oben schieben. Soll ich auf jeden Fall hier. Soll ich da oben schieben? Soll ich hier oben schieben? Ab so, ab so, ab so. Oh, was ist derjenige, ey? D. Oh, eine Treppe. Da, wo ein Steppe war. Scheiße, scheiße, scheiße. Fast gestorben, ja. So, yeah. Wollen wir uns die Lunge nicht? Oder kann man nicht so abschießen? Ja. Dann müssen wir nämlich nicht runter. Schnell weiter, nicht treffen lassen. Blöde Piranha-Arsch, pack mich aus. Ach, die haben keinen Rollteil mehr. Und leid tot. Gut. Schnell weg hier. Los, weg hier. Blöder Cooper. Die sind schon wieder bei der scheiß Brunge, Alter. Toll, keine Wurmwaffen. Jussi, blödmann. Schmeckt blödmann ein. Juhuah! Oh! Juhuah! 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 Ja, komm echt! Huah, komm! Allein! Skalopf! Juhuah! Die zwei, die überall sehen uns im Some trying to kill. Wallens不起lechnerin! Ja, komm! Juhuah! Tö! Juhuah! Temuth, die Emma, die Emma oftparable, die selbst herbe. Eita! Juhuah! Ach, ich reichs! Ich nehm wieder den klassischen Modus. Ich will ja nicht dauernd rumhängen, äh ich mein den entspannten Modus. Ich will ja nicht wieder stundenlang rumhängen an diesem scheiß Level. Nur weil die Gummas dumm sind. Das ist die Gummas, die Kuba. Lecker! Ach du, du stinker! Oh, hm, Yoshi! Jetzt schluck ja! Alter! Alter, ich kann nicht mehr! Dieser scheiß Yoshi! Nicht mal aber entspannt Modus, keine Ahnung was! Nisch kann! Ich ging wieder stundenlang hier an dem scheiß Level rum, komm! Leck doch diese Scheiße, ey! Ich renne jetzt einfach jetzt durch, ich hab keinen Bock mehr, ey! Los! Mehr Wursch! Mensch, spring doch einfach da runter! Nur zum Dein! Ist ja gut! Jetzt mach keinen Scheiß! Jetzt mach keinen Scheiß! Hört sich aber diesen beschissenen Schlüssel! Treffen keiner auch nicht! So, wieder zurück in den normalen Modus. Das war jetzt nur wegen den doofen Koopas. Para-Koopas, eher gesagt. Weil die doof sind einfach nur an dem scheiß Level. So, was ist hier? Die wir auch ganz dringend brauchen. Falls uns wieder so ein doofer Para-Koopa begegnet. Das ist manchmal das anstrengend, ey. Genau wie das andere Bassele, wenn das auch anstrengend ist. Nur weil ich ja irgendwie nisch kann. Duh! Duh! Tschüss, Losers. Ab durch den Reisverschluss. So, da sind wir an Reisverschluss durch. Denkst du, du kannst meine Pläne durchkreuzen? Jetzt ist Schluss. Knopf-Knotberg, mach diesen Yoshi platt. Musik Ha! Da ziehen wir ihn einfach aus. Und er rollt sich hoch. So roll ich wie er ist. So roll ich wie er ist. Oh, er will mich holen. Okay, das ist schwierig. So roll ich. So roll ich. Jetzt gibt's da Toro hier. Jetzt gibt's da Toro der Paracuba. Na, da ziehen wir dich ausgedacht. Du Schlingel. Und da war ihm's platt gemacht. Da war er Gegner eigentlich leichter als das Level. Ein Volltal, eine Blume. Völlig ausreichend. Oh, wir haben einen neuen Trick-Anstecker halten. Das Level sieht schon mal gefährlich aus. Guck mal was... äh, Spitzensport. Das klingt, das klingt da schon gefährlich. Äh, wir nehmen mal keinen Trick-Anstecker. Das sollte ich eigentlich nicht machen, aber egal. Wir wollten eigentlich keinen Trick-Anstecker nehmen. Jetzt haben wir halt einen Trick-Anstecker. Oh, hier sehen wir schon die Spitzen. Und die Fisch schon wieder. Ja. Doch, 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 doch. Fischies. Achtung, Fisch, 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 Fisch. Und du auch. Ich hab's nur, äh, die haben auch einfach, die haben. Das ist nämlich immer noch und noch ein paar. Es ist so gut, wie es heißt. Du, du. Du, du. Du, du. Fisch, nur. Du, du. Du. Du, du. Du bist ja. Du. Scheigei, die hat doch einen Knall, Alter! Schockst du eigentlich einfach runter. Ach, die Fische mehr. Schockst du. Schockst du. Schockst du. Schockst du. Schockst du. So, und jetzt habe ich zum Glück überstanden. Der Scheigei, der unser Baruta im Kopf hat. Oh, ein Hund! Oh, ist der süß! Oh, mein Herr, warte mal! Oh, mein Herr, warte mal! Oh, der Pferde, da ist ja noch ein Pichstampag. Oh, der rei問題! Oh, der da. Oh, der is noch nicht so. Die Fall haben wir cooperation. Ist das ein Witz? Diesmal nicht Fische, diesmal nicht Tier. Das ist ein Witz. Oh, das ist ein Witz. Oh, da. Los, Franchen. Ja, ja, ja. Zum Glück kann er über die Spitzen laufen. Danke, danke, dass du mir geholfen hast, über die Spitzen zu kommen. Ja, 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 du. Du. Was jetzt? Okay. Diese Fische, ey, die sind echt anstrengend. Warte mal, bis noch ein Fisch kommt. Kein Fisch. Kein Fisch, kein Fisch. Kein Lachido aber. Aber hier ist ein Fisch. Und nochmal Fische. Fisch. 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 Ja, Fischie, Fischies. Waren helfen. Hier waren keine Fische aber hier war ein Lachido. Aber hier ist ein Fisch. Ja, und ich brauche jetzt nicht, ich will einfach nur das Level schaffen. Ah, er hat uns verpfeift. Ist das süß. So ein süßes Hühnchen. Nischt, nischt, nischt. Das Level war ja so schon anstrengend mit seinen Spitzen. Du hast einen neuen Trick am Steck gehalten. Den Hund. Oh, ein Volkan. Den werden wir aber erst später machen, denn die Zeit ist schon wieder vorbei. Und da würde ich nur sagen, wir sehen uns in der nächsten Zeit. Bis dann, tschau!